Keiner, keiner redet mit mir Ich kann, ich kann ja nicht digitieren Was steht denn da? Evolution is not, ah jetzt Loll Ja, aber jetzt gehts auf jeden Fall wieder So wahrscheinlich ein Bock Aber wo ist Ethemon? Ey hier ist das von Kuka Torimon das Schiff Äh nein das ist von Ethemon Nein das ist von Kuka Torimon Achso das Schiff, ne ich Ich sehs ja nicht, guck hier dahin erst Ja der kommt jetzt später erst Ja da bist du hier noch bei Monogromon Ethemons Blauzung BZ Ja da habe ich mir die Nacht Beim überlegen ob es sich jetzt lohnt zu holen oder nicht War ich am überlegen Dann Hmm Hmm Okay Also hier Hier musst du als Froogie machen Ja ich weiß, habe ich gelesen Ich komme hier jetzt irgendwo Zwei Minuten Hey hier ist der Kaktus Wo Mimi ihr Wappen kriegt Pokemon Wann erscheint denn der Red Boss Hmm 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 O Also hier Die Laute Ich Ich � Du spürst mich mal. Wo geht ihr nicht einfach? Ich boxe einfach den NPC jetzt weg, Alter. Guts. Gut. Wenn das mal so einfach wäre. Was seid ihr denn? Warum seid ihr denn so ruhig? Oh Mann. Oh Mann. Was seid ihr denn für blöd Männer? Ja. 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 Ich hab grad ein Video geschaut und bin nebenbei halt am Spielen. Ja. 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 Und das war ja auch die ganze Zeit Black Screen. La. Ja. 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 oder die Tracer jetzt bei mir. Oh, Storm. Guck mal, die sagen nicht mal, welche Map. Die sagen jetzt nur, same map, all available, blablabla. Weil die nicht wollen, dass wir da alle dahin kommen. Richtig tricky hier, die Boys. Fruits, Funbimon, muss ich jetzt Fruits sammeln bei denen? Ach ja, der Argumon wird jetzt gemastet. Genau, aber die Quest, die ist richtig nice, weil du sammelst Items, aber kriegst sie irgendwie so doppelt. Also du kriegst irgendwie vier Items auf einmal oder so. Ah, siehst du, ja gut. Nice. Ach, scheiße, falsche Wert. Yo, zweimal. Richtig die chillige Quest. Vier Stück, Alter, hab ich jetzt schon. Daran erinnere ich mich noch. Das arme Argumon, ey, da hatte ich richtig Mitleid in der Folge mit. Wird da so richtig fett gemästet, ey. Das haben sie geschrieben. No Man Village, All Channel. Alle Channel diesmal. Ja. Ey, dann lohnt sich das, da hinzugehen. Es sind doch nur drei Channel oder so. No Man Village. Na ja, wenn wieder 200 Leute dort einkommen. Ich riskiere es, Alter, ich riskiere es. Würde ich an seiner Stelle nicht. So, ich auch nicht. Aber es sind Fruits, kostenlose Fruits, Mann. Ich komme diesmal nicht und mir ist scheißgal. Wie funktioniert das denn überhaupt? Einfach nur killen. Obwohl, wenn ich jetzt umkomme, Leute, bräuchte ich eigentlich gar nichts mehr zu laufen. Weil ich wäre ja schon dort. Ja, bei mir auch, aber keinen Bock. Ich move da jetzt hin. 3, 2, 1. Let's go. Riskieren wir es einfach, Leute. Riskieren wir es einfach. No risk, no fun. Sag ich dazu immer. Und jetzt fliegst du raus. Und... Ich bin in der Map. Das ist doch langer als 10 Sekunden. Ich bin schneller als ihr alle. ...de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Die sind alle schon da. Ich bin auch schon da. Ja, ich bin Channel 4. Wie lange hält denn dieser Anzug? 30 Tage. Okay, dann würde ich doch gerne dahin gehen, aber... hm... ...keinen Bock. Richtig, okay, Alter. Da bin ich jetzt wie ihn. Am meisten, du musst jetzt dort rumlaufen und warten, bis Eismann gespunnt wird. Nur 3 Channel. Ja, 2 Channel. 4 hab ich. Plus 0. Jetzt sind 5 Channel, die offen sind. Seit mir. Village nochmal, oder? Ja. Snowman Village. Snowman Village. 1, 2, 3, 4, 5 Channel. Ach komm, jetzt macht mal hinne hier, ey. Mein Gott, startet das Event jetzt und fertig. 1, 2, 3, 4, 5 Channel. Ja, also bis jetzt leckt's nicht. Aber jetzt, wir werden, ich, ey, guck gleich mal, die werden gleich alle rot sein. Du, 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 du. Ich freu mich schon, ich freu mich schon auf... Letztes Mal ein Rekord war in den Boxen 40 Stück. Ich freu mich schon, go, 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 go. stierpen und mann stierpmammut mann bei women hat schon angefangen oder wie nein da bist du ich sehe dich klar Ich werde damit klar. Jawoll. Alter. Alex 2.